Internationalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit sind die drei strategischen Säulen der Fagor-Gruppe. Fagor ist der einzige spanische Hausgerätehersteller mit weltweiter Präsenz und der fünftgrößte Hersteller im Bereich Elektro-Großgeräte in Europa. Seit 1956 ist Fagor kontinuierlich gewachsen und konnte dank internationaler Expansion seine Position in Europa erfolgreich ausbauen. Heute findet man daher Fagor-Produkte in Haushalten in 130 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fagor-Konzern betreibt Fabrikanlagen in Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Marokko und China. Strategisch angeschlossene Tochtergesellschaften sind zudem in Ländern auf insgesamt vier Kontinenten vertreten. In Deutschland startet ab Sommer 2012 die neue Zwei-Marken-Strategie mit Fagor und D-Dietrich. Ein führendes, innovatives Unternehmen, die Menschen, der Umwelt und der Nachhaltigkeit verpflichtet. Das ist die Fagor-Gruppe.